Also das hier ein cooler Playstation Controller, der hat viele Knöpfe, also der X-Button, der Kreis-Button, der Dreieck-Button, der Viereck-Button, der Start-Button, Select-Button, Runter-Button, Press-Button, Links-Button, Oben-Button, R1-Button, R2-Button, L1-Button und L2-Button. Cool, oder? Naja, mehr kann man darüber nicht sagen. Da sind ein paar Schrauben drin, steht auch irgendwas. Sony Controller, cool. Also so ein Teil müsst ihr euch mal anschaffen, das ist voll cool.